Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hammerwatch Temple of the Sun wir sind hier immer noch unter der Bibliothek zugange mittlerweile durch ein Portal hergespawnt und immer noch zu dritt natürlich hallo moin moin und immer noch auf der Suche nach John ja und wir sehen uns wir sind in einer neuen Aufnahme Session laufen also hier schon fleißig in Sackgassen Moment ich wollte auch gerade die Ausrede anbringen dass wir in einer neuen Aufnahme Session sind und erst mal gar nicht mehr wissen wohin müssen oder weiß das noch jemand mehr sollten wir nach unten also oben scheinen wir überall schon gewesen zu sein haben wir nicht auf diesem Flow sowieso schon überall gut da fragst du mich was weiß ich auch nicht äh naja nicht überall hier ist noch ein Runky oh cool hier waren wir noch nicht Wahnsinn Moment kein Geheimgang okay weiter gehts äh ja ich glaube wo soll es lang gehen Moment immer die Minimap zur Seite ziehen ähm äh ja gut äh suchen wir vielleicht eine Treppe in ein anderes Stockwerk da ist noch was da unten liegt auch noch was kommen wir da hin Versuchen wir mal unten lang zu gehen das klappt nicht so gut oh da ist auch die Treppe okay Moment waren wir da ne da waren wir noch nicht tja dann gehen wir hier oben ein Stück nach rechts würde ich sagen oder? ja ja oben rechts da war auch schon noch obwohl ja genau hier ah hier geht auch leider nicht so viel okay hier ist auch nix ah man muss den blauen Schalter dann machen ja vorsichtig die Kante noch naja okay oh Gold Gold Waren wir hier noch nicht? ne wir waren hier sicherlich noch nicht Käfer Käfer im Gras so erstmal wieder äh ganz vorsichtig vorantasten hier okay gar nix nicht dass wir hier so voranpreschen und unvorsichtig sind das sollte nicht passieren ah da haben diese Moskitos oh ne ich erinnere mich die dürfen wir nicht berühren da sind noch Äpfel ja gehen wir oben mal lang und oben rechts war noch unerkundete Karte ja ach genau Ameisen die Erinnerung kommt wieder oh das verfolgt mich oh ne Vendor Coin ab ihr Ameisen oh was habe ich denn da getroffen da ist der blaue Schalter auch schon die Ameisen boah achso da oben schon ja nice Mensch haben wir sofort gefunden was wir machen müssen ja bin begeistert gucken wir nochmal hier unten Käfergras und mehr scheint hier auch gar nicht zu sein Moment also müssen wir wahrscheinlich zurück zur Brücke Moment gucken wir nochmal okay da war ein Geheimgang und Geheimgang in Geheimgang ja ab zur Brücke oh Moskitos haben wir uns auch schon fast umgebracht ja ne war das nicht da ja so oh unbestimmt kommen jetzt neue Gegner hier ist doch ein Rätsel für uns ist das nicht das mit den Bomben immer ja naja okay wer will als nächster ich ich dann leg los oh Timo Bomben kann ich auch legen ach ihr macht das schon ich meine ich bin ja sofort tot wenn ich getroffen werde ja nicht nur du wow da kommt ein Pfeil ein Bogenschützer ja da ist noch einer oh scheiße was ist das denn schieß den mal ab Alex NEIN BOMBEN das war falsch warte sonst kommt mal ein bisschen her und ich versuche ihn ums was ist das denn was ist das denn wie feinlich gut gut huch hast du es falsch gemacht ne ne ähm obwohl bin ich drauf getreten scheiß sequence conflict äh was ist das keine ahnung na gut ok gehen wir oben lang jetzt hätte ich auch gerne einen Apfel Wurde ich ja doch noch von ein zwei Pfeilen getroffen Vorsicht bleib nicht so weit hinten Timo was bitte wir müssen irgendwie gleichzeitig nach oben laufen sonst sehen wir nix hier ist die Pfanne nice waaas boah und ein Portal und was zu essen äh das ist ja für dich Timo ne du hast am wenigsten Energie sonst wollen wir den Typen die Pfanne bringen ich würde einfach weiter gehen ja ok na gut ach stimmt geil jetzt kann ich hier so um die Ecke schießen so ein bisschen ohja ok ach schade er ist hier auf dem PIXA Vorsicht da ist PIXA da ist einer oh na klasse da ohja ohja wo ist er denn hm warte sonst lass erstmal hier unten ein bisschen freuen so so der PIXA ist hier oh nice keine Chance der arme PIXA absolut wehrlos tut er euch jetzt etwa leid ein bisschen ein bisschen ach man dann soll er sich nicht so ins Bild stellen ohja johann ohja johann ohja ach mensch ach wirst du schnell oh 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 ok ich sollte wohl ach gerade noch jetzt da war ich auch zu nah dran oh geh mal zurück hier ist irgendwas oh nein da ist wieder so eine große Made habt ihr das gesehen? leider ja ok wo ist sie denn da? da ohja die schießt aber auch echt unendlich weit hm oh kein Mana mehr ok ok go 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 was denn? oh shit ich muss ein Madeleine pass auf du bist bei mir gespawnt ja komm zur Brücke oh shit boi ok ok ich seh gar nichts mehr ich komm zu euch jetzt soll dabei auch verrecken wow nein du verreckst dabei ne oh oh langsam werden wir eingekesselt ja wir sollten hier wir retten die Brücke nehmen aus nach links oben kämpfen ok ok oh man ok warum spawne ich denn bei johann bin ich bei johann jetzt bin ich auch froh ich hab noch einen hihihi hihihi shit ah obwohl ich hab jetzt auch wieder Mara oh Mist kommt identif das gibt's ja gar nicht ok wenn sie sich jetzt nicht bewegt dann kann ich sie abschießen aber sie bewegt sich ah sie bewegt sich wer hat sie wieder hier angelockt ich wahrscheinlich boah hast du sie gleich ne ja ja halt drauf also wenn sie sich nicht bewegt dann stehe ich hier total safe ok ich kümmere mich dann um die Maden wenn sie hierher kommen um die Maden die spawnen wenn man sie gekillt hat oder noch andere sagst du gleich ja das wars nice nie ey sie haben auch tatsächlich alle haben abgezogen shit ok boah heigenbattle jetzt geht noch weiter mit zwei Bomben ouch man dann noch eins man darf echt nicht einmal getroffen werden dann ist man fast schon tot jup jetzt gehts auch noch mit Käfern los Käfer Hilfe so ok hier ist bestimmt gleich ein Piekser ja da rechts habe ich schon einen gesehen boah dann vorsicht ach man wo bin ich auch da ok da sind noch mehr alles voll mit Maden hier wo hast du jetzt den Piekser gesehen rechts oben rechts ist auch noch einer den sieht man jetzt auch gerade das ist ein kleiner Piekser haben wir alles hier mitgenommen naja wir können ja nochmal unten lang gleich aber das erstmal gehen wir nach rechts wollen wir hier jetzt nach rechts oder unten rum nach rechts gehen wir hier oben erstmal lang ok ok und lass sie lock mal einen Haufen an dann hau ich da diese Blitzkugel damit rein oder so pff ich sind ja so schnell so war das ne jup oh nein hier ist ein Piekser noch einer da oben glaub ich oh jetzt kommen hier viele sehr gut solange keiner mit Stacheln kommt ist alles ok ja die hab ich mir gemerkt ey die gehen nämlich nicht so einfach hier bei Joran die halten mehr aus soo hier ist ein Geheimnis jup einmal Geld für alle holen so Timo kriegst du jetzt auch Münzen von den Gegnern wenn du die tötest oder merkt man das gar nicht hm hab ich jetzt nicht so mitbekommen doch ich hab das grad gesehen dass du eine Münze bekommen hast da das ist so ne orange eins da die bei dir auftaucht ah ok echt ach ja stimmt also würde ich zumindest sagen dass das Münzen sind irgendwo da ist ein Spawnpunkt ne ja hier unten mach mal die Karte aus Verzeihung mach mal noch ein paar Käferblatt Timo ich will mal gucken ob wir das alle kriegen das Geld oder nur du ok dann guck erstmal wie viel wir haben oder siehst du das hier ich hab bloß eins gemacht ok so ich nicht aber vielleicht kann man kann das auch nur einer kriegen wenn wir nur eine Münze kriegen also mach nochmal ein paar Käferblatt ok ok ja du kriegst das und wir nicht wenn ich das nicht so richtig gesehen habe voll teuer nein also ich freu mich natürlich auch wenn ihr reich und aber du hast wahrscheinlich auch später noch Skills die dann Geld verbrauchen bis jetzt hatten wir ja so gesehen irgendwie ne stimmt ja irgendwas mit den diesen Grappling-Hook da war das ne stimmt den hab ich ja ne kann ich mal einsetzen eigentlich hier ist ein Apfel jo komme und hole ihn yam yam alter die Spawner wie blöd hier die Spawn wie blöd ja ist so wahr kaum hat rings sein unten ok hier ist ein roter Schalter ich drück den mal ja das ist doch noch die rote Brücke wurde wieder aufgebaut Vorsicht oh roter ach da da warte ich komm mal ein bisschen nach unten ah krass Käfer im Gras ich hab mal Käfer angelockt mir erlaubt Käfer anzulocken oh oh Pixel wo ist der Piekser denn ja Piekser Käfer meine ich schon ah Piekser Käfer Stacheliger Käfer im Anmarsch Stacheliger Käfer so könnte man das sagen ja wie auch immer Hauptsache wir wissen bescheid dass Gefahr in der Nähe ist wann ist nicht Gefahr in der Nähe Dienstags hab ich gehört sollten wir uns mal dienstags treffen so hast du wieder ein Piekser ich seh den hier gerade hier ist er so komm mal her Piekser du stehst auf meiner Abschlussliste ja Geheimgang ist hier nicht naja wir hatten ja gerade auch erst einen ne also wir haben die rote Brücke wieder aufgebaut weiß jemand wo die ist ja dann können wir zurück aber lass erstmal weiter nach rechts gehen also hier waren wir auch noch nicht unten ja vielleicht sollten wir rechts erstmal alles erkunden oder weiß ich nicht das sieht gerade so aus als würde das hier so nach rechts gehen bloß immer mit Abzweigungen nach unten nimmst du den Kürbis Alex ja gerne was ist das denn ein das sieht ja toll aus alter was ist denn da los was ist denn das für eine komische Falle fällt da immer der Steinblock runter oder oh man sieht aber cool aus hm ist das eine Kiste? das war eine Kiste das war eine Kiste ach oh Irokesen hm ich weiß nicht ob ich die jetzt noch so gut finde na komm oh er hat mich berührt ich bin gestorben hatte ja nur 45 Leben äh wow 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 wo kommt denn jetzt in der Secret Area her da oben die halten irgendwie mehr aus als die Käfer kann das sein ahja möglich wärs ja da ist die Secret Area das finde ich natürlich nicht so gut ah ok dann gehen wir die mal direkt looten jup sehr gut hier ist auch nochmal wieder so ein komisches Erz oder was ah da ist auch die Blöcke und Bogenschützen oh ne naja Bogenschützen sind eigentlich nicht gut wow Mist da kommt auch noch was von unten alter warte ich versuch mal ne freie Bahn für die zu oh so die ein paar zumindest sind weg uaaaaaah uah was eieieieiei weg mit euch alter also einer ist total ungefährlich also drei auf einmal wenn die dich auf einmal mit Pfeilen erwischen bist du sofort tot da kommt Niro angelaufen Vorsicht komm her Iro du musst nicht den Helden spielen Timo oh vielleicht übertreibst du auch ein bisschen oder du musst übertreiben das gibt es hier nicht ich hab nur noch drei Leben gehabt ich war sauer ok ach das war die hier waren wir doch schon hier waren wir ist da jetzt was passiert mit diesem roten ne ne komisch ja ja wir könnten auch nochmal ein Päuschen machen ah legen wir uns hier einfach neben die Brücke dann wissen wir auch in der nächsten Folge wie es weiter geht jep ok dann wie ist denn der Plan naja wir suchen weiter nach Can ja und haben hier rechts jetzt neben der roten Brücke noch einen ganz schön großen Teil den wir erkunden können also gehen wir nach unten oder nach rechts nächste Folge weiter die Karte aufdecken dann schauen wir mal naja genau dann bis dahin dann bis dahin bis dann tschüss tschüss bis dann tschüss tschüss